Odin! Hi und wunderschön, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Anschlussvideo des Amazon Fire TV Cubes. Wir müssen jetzt erstmal den Stromkabel verlegen. Ich werde ihn mir neben die Playstation wahrscheinlich stellen. Da haben wir schon mal ein Kabel. Den muss ich jetzt natürlich an den Adapter anschließen und den Adapter dann in die Steckdose. Also das sieht jetzt so aus. So ein dicker fetter Würfel anstatt nur ein kleiner Würfel. So, der Adapter leuchtet auch rot. Die Steckdose ist ja auch schon an. Strom werden wir noch nicht ran machen. Mit dem IR Teil. Das werde ich wahrscheinlich dahinter verstecken. Das ist geil. Man braucht hier nur so ein bisschen rausziehen. Da haben sie es wirklich mal gut verpackt. Man braucht hier das nicht locker machen. So, dann haben wir jetzt hier so ein Stück. Dann kann man das schön nach hinten verstecken. Auf der anderen Seite auch noch zweimal rausziehen. So, wir wollen die Teile nicht irgendwo rumliegen haben. Das ist ja auch nervig. So viel Kabelflatterei da. So, ach, ich habe den. Habe ich überhaupt noch ein LAN-Kabel frei? Ich habe nicht mal ein LAN-Kabel frei. Ja, mein LAN ist zu Ende. Brauchen wir den Adapter auch nicht anschließen. Dann können wir den erstmal wegpacken. Dann machen wir den ran. Ich habe mir jetzt noch ein 4K HDMI-Kabel aus meiner Box geholt. Das ist von Kabel, sieht man das? Kabel direkt. Der war beim Amazon, ach Quatsch, beim Amazon, beim Dreamscreen gleich mit bei. Obwohl, ich werde einen längeren brauchen, wenn ich das da drüben packe, oder? Ach Gott. Die Kanten sind echt scharf von dem Teil. Ne doch, das passt. Das passt. Das passt. So, HDMI. So. Ich hole euch mal ein bisschen rum, damit ihr das seht. So. 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 Unter den Haar. Drunter. So. So. Der kann hier durch. Obwohl, den werden wir nachher erst anschließen. So. Dann müssen wir das hier so ein bisschen wegpacken. Ich habe ja jetzt gerade einen anderen HDMI-Verteiler hier dran, ne? Wo man umschalten kann. So. Machen wir den. So. Dann müssen wir den hier anschließen. Ich will ja auch meinen Ambilight weiter nutzen können. Dann verstecken wir das hier hinter. So. Dann machen wir den IR-Sensor. Da ich den Kabel etwas länger gemacht habe, kann ich den hier hinten verstecken. So. Und pack mir den IR-Sensor. Am besten. Ach, mach ich auf meine Uhr. So. Auf meinen Wegpack machen wir jetzt zwischen. So. Dazwischen. Genau. Dann kann er nicht runterfallen. Ist zwischen Fire-TV und Uhr. Fällt kaum auf. Das ist jetzt gut so. Jetzt geht es ans Eingemachte. So. Dafür müssen wir aber vorher den TV anmachen. So. Auf Fire-TV stellen. Weil da war ja ein Fire-TV dran. Der erkennt natürlich jetzt kein Fire-TV. Ist ja auch Logo. Ist ja auch nicht dran und kein Strom. So. Jetzt hat er Strom. Ich bin mal gespannt. Das Bild ist schwarz. Leuchtet blau. Jetzt ist da so ein Aqua-Streifen, der so lang geht. Wir haben ein ganz normales weißes Fire-TV-Bild. So, wie wir es vom Fire-TV her kennen. Ich muss aber natürlich noch... Die Fernbedienung holen. Die habe ich nämlich vergessen. So. Ich nehme euch mal am besten... Warte mal. Ich stelle euch mal am besten so hin. Dann seht ihr... So. Dann seht ihr den Fernseher komplett. Ja. Man kann das leider nicht capturen durch den HD-CP-Schutz. So. Die liegt aber wirklich anders in der Hand. Also... Die ist nur ein Stück kleiner. Aber dadurch, dass die Rundung jetzt hier nach unten weggeht und nicht nach oben... ...liegt sie anders. So. Ach, jetzt leuchtet... Jetzt leuchtet das auch hier oben blau. Seht ihr das? Ach so, wartet mal. Ich muss mein Passwort eingeben. So. Wir machen Connect. Aber ihr seht ja schon, dass das alles auf Englisch ist. Checking for Update. So. Ich gehe auf das Erste. Wartet. Jetzt muss ich meine Daten eingeben. So. Ich habe meine Daten eingegeben. Jetzt sagt er, ich soll einen Code eingeben. Den habe ich natürlich schon von Amazon gekriegt. Moment. So. Und zwar habe ich den per SMS gekriegt. Ich habe diese Zwei-Stufe-Authentifizierung. Hey Daniel. Na, den Namen kann ich leider nicht ändern. Continue. Passwort. Yes. Enable. So. Machen wir mal. Den Video-Pin. Okay. So. Get. Start. Ach, jetzt seht ihr das? Jetzt ist so ja Deutsch. Wählen Sie Ihre Lieblings-Apps aus. Jetzt Start. So. Da will ich auf jeden Fall diesen haben. Den kenne ich nicht. Blacknut. 250 Spiele in einer App. Das brauchen wir nicht. Davon brauchen wir auch nichts. Ach, das will ich auch nicht. Scheiße. Hier ist der Silk gar nicht mit dabei. Ich will den Silk Browser wieder haben. Aber Welt nehmen wir mal dazu. Und starten. Finish. Da steht jetzt aber wieder Finish. Hier steht auch wieder Englisch. Seht ihr das? Also es ist eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Ich habe eigentlich gedacht, dass das Menü wenigstens in Deutsch ist. Okay, jetzt hat das kalibriert. Alexa. Go home. Alexa. Achso, das geht jetzt hier noch nicht oder was? Ähhhhh... Äh... Er ist soundbar. Äh, ähm... ... ... ... Ok, wir bringen Musik. Geht wirklich! Die Soundbar ist raus, Jan! Also unten drunter. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt seht, leuchtet jetzt rot. Alex? Die ist wirklich an! Next Step. Das wäre toll, wenn das wenigstens an Deutsch wäre. Fire TV Cube ist... Soundbar... Next. So, jetzt... Ich stelle alle Geräte einfach mal an. Verbinde jetzt alles! Wir wollen einen Blu-ray Player oder ist Blu-ray Player einzeln? Ist jetzt auch der 4K gemeint? So... Your Soundbar remote, please change to a different way, we will come back. When you've switched to a different input, press fast forward on your Fire TV Cube remote. Ja, ich muss die Fernbedienung suchen. Hier ist die LG Fernbedienung. Ich glaube jetzt halt das Problem... Ihr seht, der ist jetzt zwar an... When you've switched to a different input, press fast forward on your Fire TV Cube remote. Ich muss jetzt erstmal wieder in meine Dream Screen App rein, um umzuschalten. When you've switched to a different input, press fast forward on your Fire TV Cube remote. Wer Englisch kann, kommt damit bestimmt super klar. Ich nicht. When you've switched to a different input, press fast forward on your Fire TV Cube remote. Wieso findet denn der nichts? Also angeblich findet der jetzt nichts. When you've switched to a different input, press fast forward on your Fire TV Cube remote. Continue. Irgendwie ist meine App gerade resettet irgendwie. Keine Ahnung. When you've switched to a different input, press fast forward on your Fire TV Cube remote. Ich bin nicht, habe ich umgescheiden. Oh, Video. When you've switched to a different input, press fast forward on your Fire TV Cube remote. Mal gucken, dann müssen wir das vielleicht später machen. Jetzt leuchtet es gelb, ja Videos, schade, ich habe gedacht, das ist jetzt wenigstens das Menü in deutsch, aber... Leider nicht, das ist sehr, sehr schade. So, wir haben hier diese Prime Video App wieder, Video, ja, die Apps, also wir haben gar nicht was, weil wir jetzt letztens geguckt haben, ach so, das kommt ja erst, wenn wir was geguckt haben. Wir gehen jetzt erstmal ganz nach hinten, zack. So, und jetzt zeigt er mir natürlich alles an, was ich auf dem Fire TV drauf hatte schon mal und was in der Cloud gespeichert ist. Als erstes brauchen wir natürlich Netflix runterladen. Die sind schon da. YouTube ist noch nicht da. YouTube laden wir runter. Dann Daily, Dayme, Dings, Bums, da bleiben wir auch runter. Twitch brauchen wir jetzt nicht. Die Sandmännchen brauchen wir auch nicht. Da meine Cloud brauche ich auf jeden Fall. Fotos und Videos, die ich jetzt nach Cloud habe, Familienbilder und sowas, die wollen wir natürlich angucken können. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Wo ist ein Join hin? Wo kommt das noch vielleicht? Ach ja, der Internet Browser, den brauchen wir auch. Zato und sowas brauchen wir nicht. Pure VPN brauchen wir. Oh, das mit dem Wetter. Mit Windows. Oh ja. Window Crawler. Oh, schön. Geht wieder alles. Also, das brauchen wir auch. Zack. Watchbox geht ja nicht mehr. Ah, hier. Den RS Datei Explorer, den brauchen wir auf jeden Fall. Den Downloader brauchen wir. Na doch, den können wir ja auch mal. Ich habe ja jetzt Platz. Ich kann ja mehrere Sachen hier installieren. Spotify. Ich habe wieder Platz. Ich kann nur wieder Spotify und Tunnel installieren. Lassen wir den erstmal installieren. Das dauert jetzt eine Weile. Aber ich finde Join nicht. Join. ivol. Stein. join pro 7 sat 1 will er jetzt nicht machen bestimmt weil die app ja für den deutschen markt ist aber sat 1 ist ja auch mit bei was ich nur nicht verstehe dass die auch nicht in meiner cloud ist so können wir uns erstmal alles nach oben machen ich habe da jetzt noch nicht sortiert die klatscht jetzt erstmal alles hoch ich bin ja schon mal froh dass sie das weg gemacht haben dass man begrenzt ist von dem was vorne angezeigt wird dass immer das aktuellste angezeigt wird oder die reihenfolge bei den apps das hat mich so genervt und haben sich aber wohl genug die war ja auch noch genau die brauchen wir auch noch da haben sich wohl genug leute bei amazon beschwert und dann hat amazon gesagt okay dann machen wir das wieder rein das wollen wir jetzt nicht obwohl deshalb gab es platz ich habe der platz das können wir jetzt auch installieren das ist ganz gut so facebook watch können wir auch mal installieren kapitel speicher bin ja jetzt nicht mehr begrenzt ich will doch nicht die app öffnen wo haben wir denn jetzt da haben wir das ach genau hier mit den bäumen das habe ich ja auch und das aquarium muss auch irgendwo sein also das war für mich der hauptgrund warum ich mir den neuen fire tv geholt habe einfach weil der speicher bei den anderen dingern ist zu begrenzt und amazon hat denkt da irgendwie nicht nach die denken naja dann lösen wir das dann löschte halt was dann installierst du wieder was neu ja aber ich muss die die pinmusik deaktivieren das nervt ja und meine dartmusik einnehmen das mache ich aber später das mache ich jetzt nicht im video vimeo kann ich auch wieder installieren habe jetzt wieder platz da waren auch schöne sachen so window den feinschliff mache ich nachher das ist einfach nur dass ich die sachen hochhole die die installiert sind damit es sich ein bisschen einfacher gestaltet den empfehle ich euch den vlc player wenn ihr so wie ich jetzt diese diese foto guru app habt installiert euch den vlc player der ist besser für videos und bilder anschauen wenn er das über der cloud abgreift als das von amazon also der amazon player der ist da dann teilweise ziemlich lahm so also für meine frau brauchen wir das noch meine frau guckt ab und zu hier propagandashow so jetzt haben wir das fertig können wir uns jetzt mal in den einstellungen angucken settings netzwerk display sound ich will das mit dem das muss ich mit dem mit dem code deaktivieren das nervt my fire tv 12 gb ah seht ihr wir haben keine 16 gb weil das betriebssystem ja auch was wegnimmt wir haben nur 12,39 gb zur verfügung das ist auch schon wieder so eine fehlinformation von amazon das ist ganz toll aber wir haben jetzt noch 12 gb da das ist das reicht so was ist das für sehbehinderte oder was das brauchen wir nicht ach so dann leuchtet die schrift hier noch mehr und hat mehr kontrast und so und warum auch nicht so 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 falsche tasten drückt beim code eingeben Okay. Datenmonitoring, das kenne ich gar nicht. Da muss ich mal erst mal gucken, was das sein soll. Notification Settings. Das ist mal Out, oder? Ah, hier zeigt er uns alle Apps an. Und hier kann ich Benachrichtigungen zu einzelnen Apps rausmachen. Wollen wir jetzt nicht. Wollen wir auch nicht. Lokal, Timezone. 24 Stunden an, Timezone. Hm, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Okay, die Zeitzone scheint wohl begrenzt zu sein. Da wir ja die Scheiße. Lokation. Zipcode. 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 Wir brauchen was. Wir gucken mal. Was haben wir da? Wir haben 0 Uhr 26. 26 stimmt ja aber nicht 0 Uhr. Wir brauchen, das ist minus 11. Wir brauchen 13 Stunden vor. Das ist aber alles nur minus. Plus 10 Stunden, das ist 21 Uhr. 4 Uhr. Da ist wirklich nichts mit dabei. Scheiße. Lass mal das halt so stehen. Scheißegal. So Alexa, was hast du denn? Alexa App. Wir können auch wieder Controller anschließen. Ah, hier ist der Punkt, dass wir jetzt Sachen zusätzlich anschließen können. Das machen wir nachher gleich. Applikationen. Browser ist drin. Dann macht er gleich den Silk Browser auf. Foto App Store. Also weniger an Datenmüll ist hier drauf. Das sehe ich schon. Also bei meinen, bei den anderen FireTV Geräten, da sind mehr andere Apps noch mit drauf. Also jetzt nicht nur Amazon App Store, Amazon Musik und so. Da habe ich auch teilweise irgendeinen Kinderschutz gedöhnt. So, Screensafer. Den lassen wir auf Standard. Display. Schalten wir einfach direkt. Channel hat. Confirm. So. Weil wir haben jetzt auf 4K eingestellt. Da brauchen wir nicht hier Auto. Wir lassen das auf 4K. Und 12 Bits. Machst du das jetzt nicht mit, oder was? Confirm. Confirm. So. Display. 12 Bits. RGB. Wir lassen RGB. Kalibrierung. Das ist gut kalibriert. Hat er super erkannt. Das heißt, dass wir mit der Fernbedienung andere Geräte steuern können. Das wollen wir auch lassen. Ich brauche halt nur noch. Das war das hier drinne. Wo war denn das drinne? Ne, das war hier drinne. Genau. ADB Debugging. Unbekannte Quelle. Müssen wir on machen. So. Super. Sieht doch alles ganz schickig aus. Die Apps. Die Apps brauche ich jetzt noch nicht sortieren. Weil, pfff. Geht ja noch nicht. Weil da kommen noch ein paar Apps dazu. Ich mache ja noch Kodi rauf und so. Ich gehe jetzt aber erstmal über das Handy auf Amazon rauf. Join. Join. Da haben wir so. Join App. So. Kostenlos. Die wollen wir jetzt beziehen. So. Kaufoption anzeigen. Y. Join. Vielleicht hat er deswegen falsch gemacht. Der hat das ohne Y geschrieben. Das kann natürlich auch sein. Join. Ach, da hinten ist das O. Ich habe das O gesucht. Ah, da ist es. Join. Ist das Join? Ist das unser Join? Das ist ein anderes Join. Das Join wollen wir nicht. Scheiße, gibt es nicht. Wieso gibt es denn das nicht? Ich habe auch hier keine Möglichkeit, das mir jetzt runterzuladen. Desktop Version. Das ist halt immer doof, wenn man über Handy öffnet, dann hat man manchmal manche Möglichkeiten. Nicht. Da. Fire TV auswählen. Wir wollen. Ne. Nur Cloud liefern. So. Jetzt ist es in einer Cloud. Oh, ich habe die Cloud ausgeblendet. Scheiße. Ja. Wir machen noch. Habe ich jetzt alle gelöscht aus der Cloud oder was? 7TV Prozim Live ist nicht da Ach ist das scheiße Aber hier ist auch nicht dass ich hier vorne einmal nach links drücken kann und auf alle selbst komme. Das ist bei meinem alten Fire TV schon da Hier ist es aber nicht Gut dann werden wir nochmal gucken ob wir uns das schicken können Nur Cloud Fire TV 1 2 3 die sind alle da aber der Cube wird mir nicht angezeigt Liefern Die App wurde erfolgreich zur Cloud hinzugefügt Jetzt testen wir den einfach mal mit einer anderen App IP Vanish Dann weiß ich wenigstens ob es daran liegt oder Also hier wird mir komplett der Fire TV Cube nicht angezeigt im Amazon Applikation Nur in die Cloud Der ist jetzt in die Cloud geliefert worden Irgendwas habe ich angeschaltet damit die Cloud mir nicht angezeigt wird und ich kann kein Englisch ganz toll Applikation Keine Ahnung müssen wir jetzt gleich erstmal gucken Aber erstmal will ich was essen bin nämlich hungrig Dann mache ich jetzt hier kurz einen Cut wir sehen uns gleich So jetzt startet er auch schon wieder neu Der Akku war gerade alle Das kann nach einem Software Update Ihr kennt es von anderen Fire TVs Immer was länger dauern bis er da neu startet Jetzt hat es kurz gelb geleuchtet Also die Lichtbar vorne dran Will ich es mal nennen jetzt den Lichtstreifen Jetzt haben wir ein schwarzes Bild und drei Punkte Jetzt wieder ein gelber Streifen der von links nach rechts rüber gegangen ist Ich kann mir schon gut vorstellen dass es hier mindestens doppelt so lange dauert mit einem Update wie beim normalen Fire TV Weil ich denke mal das Update betrifft nicht nur die Fire TV Funktion an sich Sondern da ist ja auch sozusagen ein Echo mit drin Also 2 in 1 Also werden auch zwei Sachen sozusagen geupdatet Ich würde sagen ich mache mal hier einen Cut bis das jetzt fertig ist So jetzt ist er da Nimmt er auch auf Muss ich mal gucken Aufnahme Ja er nimmt auf Gut Ah jetzt haben wir hier die Settings Seht ihr? All Settings See all Da werden uns dann gleich alle Apps angezeigt Und die Cloud ist auch wieder verfügbar Natürlich ist alles wieder durcheinander Muss ich dann alles nachher wieder sortieren Ne Ist alles so richtig Das kann weg So das kann nach unten So dann haben wir das jetzt Wir können ja mal gucken ob wir jetzt vielleicht mit der App Äh mit der Version Vielleicht die deutsche Zeitzone mit dazu gekriegt haben Nein Also normalerweise ist jetzt nicht hier dass er gleich auf die Zeitzonen von Amerika geht Sondern eigentlich wird dann ein Land ausgewählt Aber es ist halt leider nicht so Ich habe auch gerade schon Preacher geguckt Wir können ja Also das ist jetzt nicht Das Update Also der update hat die Fernbedienung so wie es aussieht auch gerade Dafür gibt es ja auch Updates das habe ich vorher auch nicht gewusst Das habe ich erst ein zweimal gesehen Video Update in Bearbeitung Ihr Fire TV Remote wird aktualisiert Bitte beachten Sie dass Sie ein bis zwei Minuten dauern Dann drücken Sie keine Taste auf der Fernbedienung Halten Sie die Ihre Fernbedienung Ja da ist das schon weg Also der übersetzt mir das halt Das ist halt hier Das ist halt die Kamera und da habe ich jetzt die Übersetzungsfunktion dran Und der übersetzt mir das das beim Hohner drin ist Voll geil Wird erleichtert so viel So Haben wir denn vielleicht bei Ne habe ich nicht geguckt Ist nicht drin Schade Wir müssen noch hier Darauf ist alles an Okay Wir werden jetzt mal Videos Ne wir gehen mal auf Serien Videos, Movies, TV Shows Da haben wir was Also Boys kann ich jetzt nicht das ist ab 18 Aber hier steht auch nirgendwo 4K Das ist wieder Ah hier haben wir 4K Ich nehme jetzt einfach mal das hier Und starte Ich habe schon geguckt Ich kann keine Pause machen Doch jetzt Also ich habe jetzt HD 1080p mit HDR Ich mache jetzt mal kurz einen Cut Weil ich darf halt nicht so viel zeigen Weil ich darf halt nicht so viel zeigen Ich habe jetzt mal ein bisschen gespult Wir haben jetzt Ultra HD mit HDR Also das ist verfügbar Wird mir angezeigt Unten auch Die Schrift ist aber ein bisschen umgeswitcht in Ja so einen leicht gelblichen Ton Also hat so einen gelben Touch So und jetzt ist sie wieder weiß Das hat aber was mit den Einstellungen am TV zu tun Zack Jetzt ist es weiß Jetzt steht nur HD HDR So Jetzt hat es wieder diesen Leicht gelblichen Ton So jetzt haben wir Ultra HD HDR So 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 You Da habe ich mal jetzt Standard rein, dann ist das jetzt auch behoben. Dann können wir auf Menü wieder gehen. Sieht alles sehr gut aus. Ja dann sind wir soweit fertig. Join ist immer noch nicht, ich habe es zwar in die Cloud verschoben, aber ich weiß nicht wo da die Probleme liegen, ob Join für Fire TV jetzt noch nicht verfügbar ist oder so. Das weiß ich jetzt nicht, also für den Cube, ich denke mal daran könnte es liegen, aber wir können auch Trick 17 machen. Ich installiere mir jetzt einfach mal Join aus dem Google Play Store. Join. Installieren. So wird installiert. Dann müssen wir einmal auf Fire TV gehen. Dann müssen wir About Netzwerk. Genau. Ich brauche nämlich die IP-Adresse. Ich öffne nämlich jetzt App2Fire. das ist die da oben. Und dann installiere ich das einfach übers Handy auf das Fire TV. So jetzt müssen wir erstmal auf Fire TV Einstellungen. Genau. Einstellungen. Und da habe ich eine falsche drin. Da muss dann halt hier. 178 Punkt. Ne, das ist die falsche. Meine IP-Adresse. Da oben doch. 178. Und dann hinten die 71. So. Speichern. Auf Fire TV suchen. So sieht das dann aus in den Einstellungen. Fire TV System Apps anzeigen. Ja. So. Und jetzt gehen wir einfach auf Fire TV Apps. Der zeigt mir jetzt hier auch die Apps an. Da zeigt er mir auch Join an. Download. Download. Wir geschlagen. Ist die App noch nicht installiert. Dann versuchen wir sie ja später nochmal. Verstanden. So. Der sagt mir hier auch. So. Zu Favoriten hinzufügen. Starten. Yes. So. Jetzt sagen wir nochmal. Verstanden. Starten. So. So. Jetzt machen wir nochmal. Also der wird gezeigt mir im Fire TV das an. Datei nicht gefunden. Also es steht immer in den Einstellungen vom Fire TV drin aber ich kann nicht darauf zugreifen. Ok dann machen wir was anderes. Lokale Apps. Fire TV Apps. Download. Starten. Abbrechen. Apps. Jetzt habe ich hier alle meine Apps die auf dem Handy installiert sind. Aber ich habe da noch eine andere Möglichkeit. Gehen wir mal hier rauf und da werdet ihr gleich sehen dass hier unten Join auftaucht. Ich weiß jetzt aber nicht inwiefern Join von Google kompatibel mit dem Fire TV ist. Wenn die jetzt nicht kompatibel sein sollte werde ich mal versuchen über App2Fire die App Join vom Fire TV auf meinem Handy zu installieren und dann hier wieder vom Handy auf Fire TV zu installieren. Und dann ist es ja die Original App von Fire TV aber also das sollte eigentlich mit mit App2Fire funktionieren. Installation erfolgreich also ist installiert. Hier sehen sie ja noch nicht. Wo hat er sie denn installiert? euer Aber join ist da. Geht mit der Join App leider nicht. Das ist jetzt echt schade, aber das macht nichts. Wir testen was anderes. Ich teste das nochmal, Applikationen, Management, add, join, starten die nochmal. Das ist weil es im Google Play Store registriert ist. Daten clear, cache clear, uninstall, yes. So, ich mache nochmal kurz einen Cut. Das geht leider nicht. Das ich das kopiere. Schade. Uninstall. Ach, uninstall. Jetzt muss ich erstmal join suchen als App. Also als APK Datei, was nicht von Google kommt. Das ich dann halt diesen Google Scheiß da nicht brauche. Ok Google. Join APK. So, das machen wir jetzt ganz einfach. Join für Android. APK herunterladen. AP pur. Ah hier. APK für Android Geräte. Direkt von Pro 7 Sat 1. Ne von. Egal. Nein. Galaxy Note. Installieren. Ok. Hat das jetzt? Jo, wir haben es. Und wir wollen ein Paket installieren. Und jetzt will er das halt installieren. Apptory. Warte mal. Das können wir ja einfach. Warum machen wir uns das schwer? Wir gehen einfach hier rauf. Ne Quatsch. Ich müll mir den jetzt nicht voll. Dafür uns da einfach mal Firefox. Ach so geht ja gar nicht mit dem. Download hier. Scheiße. Ach. Ich will das nicht installieren. Ich will doch nur die App haben. Ich will nur die App. Join. Von chip.de haben wir auch hier von. Join App. Fernseher. Live TV. Streaming. Fotovideos. Pro 7 Sat 1. Digital. Gratis. Deutsch. Ok. Das laden wir uns jetzt einfach mal runter. Ich hoffe der macht das jetzt auch. Und nicht dass er dann wieder so eine komische Zip Datei installieren will. Google Play. Ach Google Play. Ich will doch gar nicht aus Google Play. Wieso bietet hier keiner diese fucking APK an? Computer Bild. APK Monk. So. APK herunterladen. Der Teil dieses Types konnte schäden. Ok. Ist mir egal. Mal. So. Jetzt habe ich die runtergeladen. Installiere die. Installieren. Also auf ein neues. Und sobald die jetzt fertig ist mit installieren. Ich muss nochmal gucken. Weil ich ja mit dem anderen Fire TV verbunden war über die App. Muss ich jetzt erstmal nochmal gucken. Ich glaube war die 71 oder? 71 genau. Die 71 ist es. So. Fertig. Jetzt öffnen wir App to Fire. Ich gehe wieder ganz nach hinten auf Einstellungen und tausche die 34 gegen die 71 Aussage. Speichern. So. Gehe hier auf Fire TV Apps. Ne Quatsch. Lokale Apps. De. E. F. G. So. 21. Install. So. Jetzt installiert er sie wieder. Vom mein Gerät zum Fire TV. Und ich habe sie jetzt nicht von Google. Ich habe sie jetzt über einen externen Anbieter. Da dürfte rein theoretisch da kein Problem mehr sein, dass der sagt du brauchst Google Lizenzen. In-Stall! Ein Moment! 0% von 100. hat. Aber wie ihr seht, die Werbung hier, das ist alles deutsch. So, Join haben wir jetzt installiert. Sachter jedenfalls. Hier zeigt er sie mir natürlich immer noch nicht an. Ist jetzt schön mit so viel Speicher jetzt gesegnet zu sein. So, da haben wir Join. Launch. Rein theoretisch dürfte er immer noch. Also der will immer noch nicht Join machen wegen dem Google Service. Ich habe auch schon geguckt ob ich es bei Amazon im App Store finde. Das Problem ist nämlich, dass ich über die ganz normale Amazon App kann. Dann können wir das auch wieder deinstallieren. Clear Daten. Aninstall. Das wenn ich, wo haben wir denn? Hier. Über den Amazon App Store. Also dieses hier. Wenn ich da jetzt Pro 7 TV App eingebe. Und das Join hat das nicht gefunden. Jetzt gebe ich einfach mal nur Pro 7 ein. Ja, da werden mir auch viele Apps angezeigt. Aber nicht das was wir suchen. Und wenn ich über Amazon Underground gucke. Join App. Da finde ich sie auch nicht. Und so. Da finde ich alles mögliche aber. You sure und sowas alles. Aber kein Join. Das ist. Also Join ist wohl jetzt noch nicht kompatibel. Was ich sehr schade finde. Das finde ich extrem schade. So, dann machen wir mal die Vorbereitungsarbeiten. Weil wir wollen ja gleich noch Kodi und so installieren. Wie macht er jetzt aber gerade gar nichts. You can close this setting. Das ist meine Funktion. Die scheint wohl hier noch nicht zu gehen. Ach, scheiße. Kamera. Übersetzen. Nicht nur einen Code scannen. Bist du doof. Übersetzen sollst du. Okay. Irgendwas soll ich in den Einstellungen ändern. Dann machen wir mal das rein, dass er fragen soll. Ah, jetzt hat er das. Ich kann aber rausgehen aus Versehen. So. New Cloud Drive. Login. Und jetzt fragt er mich. Ich will aber einen anderen Cloud Drive. Ich will doch nicht. Ich will nicht Google Drive. Äh, OneDrive. Äh, Google Drive. Ich will einen anderen. So. Da haben wir doch. Ich will OneDrive. Da müssen wir jetzt kurz nochmal ausmachen. So. Wie ihr seht. Sky Drive. Ich bin damit verbunden. Kann raufgehen und kann hier auf meine Ordner zugreifen. Das werden wir dann nachher alles machen. Ja. Wir sind jetzt mit den Grundeinstellungen jetzt soweit fertig. Jetzt kommen halt die anderen Apps, will ich es mal so nennen. Die wir jetzt noch installieren werden. Ja. Achso. Wir haben ja gar nicht Alexa ausgetestet. Alexa. Öffne Amazon. Nee, Quatsch. Alexa. Öffne YouTube. Die versteht mich. Alexa. Close YouTube. Nein, Kabel nicht. Warte mal. Jetzt machen wir mal schließen. Alexa. Schließe YouTube. Alexa. Schließe YouTube. Aber ich höre gar nicht, dass die irgendwas sagt. Alexa. Wer bist du? Alexa. Spiele Santiano. Alexa. Alexa. Play Santiano. Alexa. Play Santiano. Alexa. Öffne Radio. Aber die sagt nichts. Muss man jetzt vielleicht hier noch. Vielleicht war sie zu leise eingestellt. Alexa. Wie macht die Katze? Alexa. Wie ist das Wetter? Alexa. Open YouTube. Also Wetter zeigt sie mir an bei uns. Das ist richtig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so normal ist, dass man die nicht hört. hat. So. Also so ist sie ganz. So. Also sie ist eigentlich. Alexa. Find new science fiction movies. Wie heißt? Wer bist du? Where are you? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Alexa. I'm a virtual assistant who can help you with lots of things. Hau umgeschalten. The weather forecast. The latest news and sports updates. As well as shopping lists and recipes. I can even tell you a joke. Just ask. Machen tut's it auf jeden Fall. Leider komplett englisch. Auch was ich gehofft habe, dass das Menü oben und bei den Settings hier, dass das alles irgendwie in Deutsch ist. Ist leider auch nicht in Deutsch. Es ist alles englisch. Wir haben eine Nachricht. Was haben wir denn für eine Nachricht? Alexa Musik. Okay. So. Wir werden zwar, wenn wir jetzt hier auf irgendeine App raufgehen. Jetzt zum Beispiel Netflix. Das ist dann halt die deutsche Version. Uns wird jetzt hier gleich angezeigt, dass wir uns unser Passwort eingeben sollen. Bla bla bla. Jetzt Netflix. Gleich kommt der Ton. Wenn sie nicht schon wieder den Ton umgeschalten hat. So. Three 30 Tage. Ne, das ist die englische Version. Aber egal. Wir können uns einloggen. Ganz normal. Das werden wir auch gleich mal versuchen. Weil das ist ja egal, welches Netflix-Konto wir haben. App ist App. Was ist denn hier? Keine WLAN-Probleme. Ja, ich weiß. Meine Handys bimmeln hier alle. So. Da mache ich aber noch mal kurz weg. So. E-Mail Passwort eingeben. Und wir haben die deutsche. Es steht halt in Deutsch da. Ihr seht das. Das ist jetzt zum Beispiel HDR. Das starten wir jetzt einfach mal. Folge 1 abspielen. So. Wir haben natürlich jetzt hier keine Möglichkeit. Über die Einstellungstaste. Uns anzuzeigen lassen. Welche Qualität das ist. Wenn wir aber hier. Beim Fernsehen machen. Sehe ich, dass es 4K Ultra HD ist. Mit HDR. Bild sieht auch echt gut aus. Das ist ja geil. Ich kann jetzt über die laut und leise Bedienung wirklich die Soundbar einstellen. Ist ja geil. Dann brauche ich die Soundbar Fernbedienung nicht mehr. Und das funktioniert schon mal super. Oh das ist. Das ist. Kinder sind hier. Schnell weg. Schnell weg. So. Also wie gesagt. Das komplett. Die komplette Oberfläche ist englisch. Auch die Einstellungen sind englisch. Alles drum und dran. Das ist. Nicht schön. Ich habe gedacht. Das war wenigstens die deutsche Oberfläche bekommen. Das war halt wenigstens. Nicht Videos. Movies. TV Shows. Sondern meine Videos. Movies. Also Filme. Serien. Und so haben. Das hätte mich mehr gefreut. Einige Apps sind auch noch nicht kompatibel. Ja. Mit dem neuen. Dann müssen wir jetzt hier. Achso. Prozimax. Achso. Ich drücke immer noch hier. Ich brauche das gar nicht mehr drücken. Wir müssen ja noch. Was machen wir denn jetzt. Wenn wir jetzt. Join nicht mehr geht. Dann müssen wir ja natürlich gucken. Pro 7 Max. Genau. Die normale Pro 7 App brauche ich nicht. Doch. Die brauche ich. So. Weil da. Oder. Auf Sat 1. Ich weiß es nicht. Kommt ja Liesl Weapon. Wird wir gucken. Aber ich glaube in den normalen. In den alten Mediatheken. Wie sie jetzt hier sind. Haben wir halt den Nachteil. Dass es nicht funktionieren wird. Weil da ist dann nichts mit gucken. Wir haben hier. Seht ihr hier. Kabel ins Doku. Wir haben TLC. D-Max. Alles da. Bloß. Join. Join ist nicht kompatibel. Ich werde mal eine Presseanfrage stellen. An Join. Ob man da die irgendwo runterladen kann. Dass man sie sich auf dem Fire TV dann installieren kann. Also auf dem Cube. Auf dem normalen Fire TV geht es ja. Da sagt er einfach Join. Und dann öffnet sich Join. Was mir aber aufgefallen ist. Das ist aber jetzt nur meine persönliche Meinung. Also nur vom ersten hingucken. Die ganzen Symbole der Apps. Sehen viel klarer aus. Und die sind deutlicher abgegrenzt. Auch bei Netflix. Habe ich bei der Schrift. Alles schön umrandet. Bei meinem Fire TV 3. Habe ich teilweise so ein bisschen. Dass unten da wo der Schatten ist. So ein bisschen ausgefranst wirkt. Ja. Also ich habe ja alles auf 4K HDR gestellt hier. Und da sieht man dann halt dann schon. Wenn es dann irgendwie ausgefranst ist. Das ist jetzt hier nicht. Auch die YouTube App ist hier schön übersichtlich. Die Icons finde ich sehen klarer und deutlicher aus. Als beim vorigen. Ja. Also rundum eine schöne Sache. Jetzt hoffen dass er nach Deutschland kommt. Und hoffen. Dass wir vielleicht mal ein deutsches Update kriegen. Und ich werde mal gucken ob ich vielleicht die Möglichkeit habe. Join für euch zu bekommen. Dass wenn ihr auch. Den Fire TV Cube habt. Oder wollt. Dann könnt ihr dann halt. Das dann ganz einfach installieren. Ich werde mal gucken was man da machen kann. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich hoffe hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. War ein bisschen lang. Ich weiß. Neue Fire TV. War viel einzustellen. Ähm. Hoppala. Ich sehe gerade dass mein Fernseher nicht richtig gerade ist. So. War viel einzustellen. Ähm. Ich bin begeistert. Hab endlich. En masse Platz. Ich kann alle meine Apps installieren. Und hab immer noch 10 Gigabyte frei. Eine Sache. Kommen ja noch welche dazu. Ich bin dann jetzt weg. Ich wünsche euch was. Ahoi. Seid euer Odin. Euer Odin.